Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Ja, einmal hat man gespeichert und schon steht man neben seinen Wagen und wurde ganz offensichtlich auch ins Wasser gestellt. Wieso stehen wir jetzt hier im Wasser rum? Und das ist aber der, den wir schon hatten hier, oder? Hm, wo bin ich denn jetzt gerade eigentlich? Äh, wieso stehe ich jetzt da unten im Wasser bei dem... Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, weil da haben wir auf jeden Fall nicht aufgehört, als wir gespeichert haben. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum uns das Ding jetzt hier hingestellt hat. Also wir sind in der Nähe, glaube ich, gewesen, aber wir saßen auf jeden Fall im Auto und wollten weiterfahren. Und waren mehr so ein bisschen Richtung Turm, glaube ich, weil wir eigentlich auf dem Weg zum Turm waren, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja. Ach, ich höre diese Viecher hier die ganze Zeit, okay. Ähm, ich hatte ja schon überlegt, das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch angesprochen, dass wir auf jeden Fall von der Karte aus diese Dinger hier holen müssen. Jetzt stehen wir da nicht direkt dran, sondern das sieht so aus, als ob das rechts von uns ist. Ist das hier drin, oder was? Oh, Moment, was war das? Ein Foto? Achso. No Filter habe ich freigeschaltet, okay. Das bringt mich meinem Ziel jetzt aber trotzdem nicht weiter. Und ich wollte mir auch nicht das Foto angucken. Ja, ich stehe jetzt quasi genau dran, aber das ist ein bisschen weiter rechts von mir. Also, laut der Karte müsste das jetzt rein, theoretisch, das Ding sein, aber da ist ja überhaupt nichts dran, oder? Man kann zumindest, auch gerade jetzt wegen dem Jeep, weil er hier so blöd im Wasser hängt, kann man auch nicht sehen. Ich kann auch nicht tauchen oder so. Okay, kann ich tauchen. Halt. Ja. Oh, oh, äh, okay. Hab ich mich jetzt erschrocken? Okay. Ähm. Ja. Toll, vielen Dank dafür, dass es keine Anzeige gibt, wann ich kurz vorm Verrecken bin, aber kein Thema. Ich hab's zumindest daran gemerkt, dass mein Controller vibriert hat. Immerhin etwas. Oh, yes. Das ist auch, glaube ich, dieser Hahn, den wir eben gesehen haben, ja. Ist hier denn sonst noch irgendwas? Ne, ja. Karte aktualisiert. Das bin ich gerade am überlegen. So. Links auf dem Ding. Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Da müsste nämlich auch nochmal sowas sein. Ich würde sagen, dass wir da dann als nächstes nachgucken. Ja, schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, komm. Da oben ist... Da oben ist die Rettung. Geh hoch. Was brauchbares gefunden? Noch ein Andenken für unsere Sammlung. Du willst mich doch veräppeln. Jetzt steht die neben dem Ding und nicht mehr auf der Seite. Also, ich weiß nicht, warum die hier so rumzaubert und das Teil immer irgendwo anders hinsetzt. Also, das Auto. So, ganz am Ende vom Wasser. Rechts von uns. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt so hin? Also, übers Wasser. Wahrscheinlich knallen wir hier irgendwo runter. Oh, 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 oh. Ist das sehr tief? Ich würde vielleicht nicht unbedingt versuchen, da jetzt so direkt... Weil das ist ja... Aber das müsste das eigentlich sein, auch wenn wir jetzt gerade so rumstehen. Hm, dann schauen wir mal. Eigentlich ist es auch blöd, weil wir jetzt zum Turm auch müssten. Wie kommen wir hier durch? Zu einem anderen Punkt? Sieht nicht so aus, ne? Obwohl, da können wir noch... Ah, Moment, Moment, Moment. Moment. Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ich halte die Augen offen. Aha. Was haben wir denn hier? Das Zeichen. Wortwörtlich. Auf jeden Fall haben wir hier einen Hinweis. Die Frage ist jetzt... Das war doch dann in der Richtung... Moment, da ist eine Kiste. Das ist aber schlamm, ne? Da kann man nicht hoch. Von da hinten kann man sich rüberhangeln. Ja, die Frage ist jetzt, müssen wir jetzt hier einmal rum, oder... Ist das von der Seite? Wahrscheinlich eher nicht von der Seite. Hier mit dem Weißen, das ist auch keine Markierung, dass man hoch kann, ne? Na ja, dachte ich mir schon. Gut, Mädel, du folgst mir ja sowieso immer, wenn ich zu weit wegfahre... Äh, also laufe, ne? Dann kannst du das hier auch gerne machen. Ach, da sind Bäume da oben, okay. Oder auch nicht, weil... Ich hier eh keine Möglichkeit habe, hochzukommen. Hm. Okay. Ja, ja, zum Turm müssen wir auch nochmal... Ich weiß, ich weiß... Müsste ich da eventuell rüberspringen? Da ist... Ah, okay. Moment, komme ich da von hier aus schon ran? Nee, ne? Da ist noch einer. Hm. Das ist aber der, wo wir dann da mit rüber können. Ähm, die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt hier hoch? Weil da können wir uns vermutlich nicht festhalten. Hier vielleicht? Das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Ähm, kommen wir da hoch? Ja, perfekt. Okay. Dann einmal hier hoch. Ja? Geh schon hoch. Alles gut, alles gut. Ja, natürlich schafft sie das nicht. Äh... Ich wollte gerade sagen, muss ich da nicht auch nochmal hin? Wow. Das war jetzt nicht so gut. Aber gut, das machen wir jetzt erstmal. Boah. Hey, hey, hey. Jetzt habe ich echt gedacht, ich sterbe jetzt. Und dann muss ich den ganzen Misten immer von vorne machen. Aha. Okay, das erste Mal schon mal. Na, komm. Komm, komm, komm. Das zweite ist auch durch. Und das dritte auch. Sehr schön. Ja. Die können wir nochmal auffüllen. Aber ansonsten, wir haben ja... Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, wir haben doch hier die Schalldämpferpistole. Ja, aber die will ich ehrlich gesagt nicht dagegen tauschen. Nee, nee, nee. Okay, aber sonst ist hier nichts mehr. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall ruhigen Gewissens weiterhüpfen. Ah, deswegen... Ja. Natürlich. Ja, sag ich doch. Einfach ist ja langweilig. Mhm. Sehr schön. Ja, ich habe es mir eigentlich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, in dieser Folge tatsächlich danach zu gucken, ja, wo wir jetzt die Sachen übersehen haben und ob wir dann doch irgendwie noch in diesen Turm hochkommen. Weil, es sah halt so aus, als ob man da hochkam. Aber das Problem war ja, wir hatten keinen Ansatzpunkt, wo wir hochkamen. Kannst du mal stehen bleiben? So, das heißt, hier in der Gegend haben wir jetzt alles gemacht, das heißt, wir müssten theoretisch zum Turm, weil da ist ja irgendwas unerledigt noch. Und ganz unten rechts in der Ecke wäre dann auch noch was. Ich weiß nicht, wo wir jetzt als erstes hingehen sollten. Ui, das war nicht so... Juhu! Entschuldigung. Nein, ach, scheiße. Ich wollte doch eigentlich die Granaten nochmal auffüllen. Naja, gut, okay. Na gut, dann können wir auf jeden Fall Richtung Turm wieder raus. Das ist schon mal positiv. Carmen, wie meine ich auch hier rum? Aber was, bin ich ja sehr vorsichtig, wie und wo ich rumfahre? Ja, natürlich. Sonst habt ihr keine Probleme. Hallo? Auto? Warum bugst du? So, jetzt ist die Frage. Der Turm ist links von uns, aber so richtig rein kommen wir wahrscheinlich nur rechts rum, ne? Wenn ich das richtig sehe mit der Karte. Äh, hallo, was war das? Das habe ich noch nie gehabt. Was der plötzlich so am Laden war, während ich fahre? So, nein, du solltest eigentlich bremsen, aber ist okay. Ich schaue mich nur kurz um. Du, was du tun musst. Hm, ja, kurz ist relativ. Irgendwas ist an diesem Turm noch faul. Ich kann oben auf jeden Fall klettern. Definitiv. Das Problem ist halt, ich komme hier so nirgendwo hoch. Und sie tut dann immer so doof, so, ach, ich kann nur zwei Zentimeter weit springen. Ich gucke mir das mal von der anderen Seite aus an. Das ist da oben. Hm, wenn wir jetzt hier das fluten könnten, weil das sieht so ein bisschen aus, ob man da was fluten kann. Dann, äh, käme man da wahrscheinlich hoch, ja. Nur das Problem ist zum Beispiel da oben komme ich auch nicht hin. Das ist zu hoch. Und da hinten hatten wir die Sache an den Bäumen. Da konnten wir, glaube ich, rüberspringen mit diesen Fontänen. Das war ja hier, ne? Aber da kommen wir halt eben, wie gesagt, nicht hier dran. Dann, ich meine, ich könnte es mal probieren, aber ich werde wahrscheinlich dann dabei sterben. Nein. Okay, sterben vielleicht nicht unbedingt, aber es funktioniert auf jeden Fall nicht. Das ist eine der Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Ich versuche das jetzt nochmal systematisch hier. Achso, ich dachte gerade schon. Ja, ist ja gut, dass man da irgendwie... Kann man das nicht per Handgranate erledigen oder sowas? Das wäre auch noch eine Option, vielleicht. Krass, das hat wirklich null Auswirkungen. Okay, ich dachte, das Spiel wäre schon ein bisschen realistischer, dass das dann so abbrennen würde oder so. Das ist heftig. Von dem Baum aus können wir auch nichts machen. Hm. Es kann natürlich tatsächlich sein, dass man irgendwas anderes erst machen muss und dann, keine Ahnung, was fluten muss oder was weiß ich was. Willst du mich veräppeln? Ich war vorhin, also, als ich aufgenommen hatte, jetzt nicht hier eine Folge, war ich mindestens ein- oder zweimal an dieser Stelle dran. Äh, ja. Wo soll ich denn hin? Und jetzt auf einmal kann ich doch hoch oder was? Wollte mich doch verarschen, ganz ehrlich. Ganz ruhig. Mhm. Muss dahin, nehme ich mal an, ne? Okay. Okay. Ja, spring doch einfach mal, damit ich das Ding benutzen kann. Und spring halt nicht. Oder war das nicht für dieses, äh, äh, ja, was sie so da reinstößt halt. So, jetzt ist die große Frau. Achso, da. Ja. Ja. Hä? Huh? Was macht die denn? Bitte, was? Also, das war jetzt, wenn wir bis jetzt noch nicht gewusst haben, dass sie wirklich übermenschlich ist, dann wissen wir es definitiv jetzt. Also, das war jetzt heftig. Die Frage ist jetzt nur... Kann auch da nicht durchklettern, ne? Doch, die geht einfach anscheinend da durch. Hoch, runter, keine Ahnung. Ich muss doch eigentlich nach links hoch, aber da will sie nicht hoch irgendwie. Sie will ja irgendwie gar nicht hoch, das ist das Problem. Nein, halt dich bloß nicht fest. Kein Thema. Halt dich bloß nirgendwo fest. Alles gut. Kein Thema. Du bist nicht die Hellste, aber ist in Ordnung. Ah, da muss ich wahrscheinlich... Muss ich da unten hin? Achso, weil sie vorhin nicht richtig getroffen hat. Deswegen. Okay. Schön hochgehen. Hey, dir entgeht was. Ne? Finde ich auch. So. Nicht loslassen. Nicht loslassen. Hast geschafft. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier mehrere Sachen. Was haben wir hier? Ein Fenster. Schön. Kennen wir schon. Na gut. Ja, dann nehmen wir die nächsten. Können wir nicht. Hintertür Nummer 5. Hatten wir doch schon, ne? Noch eine alte Festung. Einfach mitten im Seebett. Ja. Ich zeichne dort einen Bogen auf die Karte. Ich dachte, den Bogen haben wir schon gehabt. Okay, dann haben wir den noch nicht gehabt. Der hier ist kaputt. Kann man aber anscheinend nicht so wirklich durchgucken. Also wir schon, aber sie anscheinend nicht. Sie kann zumindest nichts zeichnen. Was haben wir hier? Und zu guter Letzt die Dreißaktür. Genau, die haben wir ja. Zum Glück stand ich den Kerl nicht allein gegenüber. Hab ich mich jetzt erschrocken gerade. Okay. Aber mehr können wir hier definitiv nicht machen. Dann schauen wir mal eben auf der Karte. Ist da jetzt irgendwas Neues dazugekommen? Eigentlich nicht, ne? Doch, Moment. Unten links, das. Natürlich das, wo wir gewesen sind. War ja klar. Ja. Sagen wir jetzt mal nichts. So. Okay. Also wir werden auf jeden Fall unten erstmal die Gegend, als erstes machen. Ich bin jetzt am überlegen. Ich würde sagen, dass wir das sogar wirklich als erstes machen. Dass wir dann Richtung Turm zurückfahren. Dass wir dann unten rechts das machen. Und dann von da aus nach oben wieder fahren. Wäre jetzt so das, was ich mir jetzt überlegen würde. Müssen wir es von der anderen Seite machen? Ja. Ja. Das ist cool. Ich drücke die ganze Zeit nach oben und sie zieht nach hinten. Ich hätte vor dem Hochkletter den Knopf suchen sollen. Ja. Ne? Soll man dazu sagen? Schätzchen, ich habe alle Informationen, die wir brauchen. Oh, war es die Anstrengung wert? Auf jeden Fall. Hab alle drei Symbole. Alle Weisen auf andere Gebäude hängen. Echt jetzt? Wir wissen jetzt also, wo wir hin müssen. Ganz genau. Ganz genau. Wir schauen jetzt genau in die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wieder zurück. Frage ist nur, von wo sind wir jetzt genau gekommen? Weil sie steht ja jetzt auch wieder komplett woanders, als ich eben sozusagen geparkt hatte. War das hier rechts oder? Ja, genau. Es ist doof, dass man sich dann keine Markierung irgendwie machen kann von den Sachen von der Karte. Äh, da sind wir aber eben nicht rumgefahren. Ist das neu? Aha. Oh, da oben, ja. Alles sauber, mein Freund. Nichts da. Dass wir beide auch nicht zusammenarbeiten können, ne? Jetzt geht der und nach oben. Ja, jetzt gucken sie natürlich mit zwei Leuten direkt auf mich drauf. War ja klar. Ja. Das wollte ich jetzt gerade machen, aber ja. Die ist auf jeden Fall definitiv mal cool, weil in jedem anderen Spiel sind die NPCs einfach scheiße. Nein, wir haben keine Gesellschaft. Also scheiße im Sinne von dumm, weil sie halt eben nichts alleine hinkriegen. Na, kommst du zu mir anscheinend nicht? Ich würde gerne da hinten rumgehen. Jetzt sind ja natürlich alle da hinten am rumschwirren. Kommst du zumindest zu mir. Komm. Ja, komm, 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 komm. Klappt das bei dir auch? Schade. Kein Assassin's Creed Fan. So, nur für alle Fälle schon mal Pistole wechseln. Beziehungsweise auf die Pistole wechseln. Also, ich würde gerne nach da hinten. Oh. Oh, fuck. Ich hoffe, es ist nicht das, was ich denke, was es ist da oben. Du bist echt cool. Ich habe gar nicht mal mitbekommen, dass sie runtergegangen ist, aber sie ist echt cool. So, wo geht ihr jetzt hin? Das ist die Frage. Ihr seid zu zweit, das ist jetzt das Blöde. Was zum... Aufpassen! Noch ein Toter! Wir wissen, dass du da bist! Nein, hier ist kein Toter. Schwubbeldiwupp. Aber hier können wir natürlich schlecht nach da hinten, ne? Frage ist jetzt, kommt jetzt einer von denen nach hier und patrouilliert jetzt hier für den anderen weiter? Oder, ähm, bleiben jetzt da? Weil der eine ist mir zu gefährlich... Also, der eine, der trottet hier mal da oben rum. Der ist mir zu nah an diesem Ding da. Sonst würde ich nämlich nach oben gehen. Jetzt guckt der natürlich nur in meine Richtung. Kommt hier nicht gerade beide, oder? Natürlich genau in die falsche Richtung. Obwohl, der kommt, glaube ich, hoch. Du siehst mich aber nicht von da oben. Du siehst mich nicht. Kommen die nicht beide hier hoch? Mädel, du musst mir gleich helfen. Hier ist nichts. Bei dir? Hier ist auch nichts. Such da drüben. Ich gehe hier lang. Wird immer. Ja, genau. Splittet euch. Teilt euch auf. Komm. Komm, komm, komm. Oh, jetzt komm doch endlich hier runter. Junge. Kleiner. Guck mal hier im Gras nach. Oh, ist nicht dein Ernst? Wie dämlich sind die bitte eingestellt? Okay, der geht jetzt... Na, jetzt kommt der hier auf einmal hier runter, oder was? Nein, kein Sichtkontakt. Kein Ökker. Ja, ich hätte sonst den Typen oben als erstes ausgeschaltet, aber nein. Ugh. Wie mache ich das jetzt? Kann er das die so weit drehen, wahrscheinlich, oder? Huh. Noch welche? Boah, zielt bloß nicht auf den, ehrlich. Kann ich das Ding nicht benutzen? Ja, genau. Lad jetzt auch noch nach. Ich hätte vielleicht auch was werfen können. Oh, hier oben ist ein Teil. Ich hab's gerade gesehen. Wieso hast du mir nicht geholfen, Mädel? Und wieso kann ich das Teil nicht benutzen? Das ist doch bescheuert. Jetzt hat er das kaputt geschossen, oder was? Hm. Geschafft. Gut. Ernsthaft? Wo kamen die Idioten jetzt hinter uns eigentlich her? Moment. So. Geh hoch. Ich dachte gerade, ich hab jetzt noch einen gehört. Also noch einen, äh... Noch einen Wagen gehört. So. Wieso hab ich jetzt eigentlich zwei weniger? Und wieso durfte ich das... Euer Ernst jetzt? Wieso durfte ich das eben nicht benutzen? So. So. Falls doch nochmal welche kommen... ...dass wir die direkt im Visier haben. So. Schauen wir mal. Dürfte nicht viel drin sein? Weil das ist nur ein zweistufiger. Aber kann ja immer was drin sein. Und vielleicht haben wir ja auch Glück. Und da ist tatsächlich das Ding wieder drin. Das kann auch sein. Oder auch nicht. Aber zumindest Handgranaten sind wieder drin. Sehr schön. Mal zwei Sachen. Na gut. Dann gehen wir mal aus dem Weg. Ich brauch hier mal... Halt sie dann. Ein Hahn. Achso. Das sieht... Ich weiß schon wieder, warum wir Handgranaten bekommen haben. Ja. Ja, jetzt sind wir mal drauf geachtet, was ich mache, ne? Wärst du mal in Deckung gegangen? Aber nein. Interessiert ja wieder keinen mir. Noch ein Häuserler-Andenken für meine Sammlung. Sehr schön. Hast du wenigstens was gefunden? Sag's mir nicht. Du hast noch ein Andenken gefunden. Ding, ding, ding. Geil, ne? So. Das heißt, das Ding da unten haben wir jetzt auch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Aber das machen wir dann in der nächsten Folge... ...noch mal zurück. Und dann unten links das Ding machen. Und, äh... Ja, gut. Auch bei den Kleinen haben wir massiv Gegenwehr, so wie es aussieht. Also unten links, das machen wir auf jeden Fall noch als erstes, weil wir da jetzt so am besten im Moment her hinkommen. Und dann schauen wir mal, dass wir von uns aus gesehen jetzt rechts die drei Kleinen noch machen. Und ja, da muss ich mal schauen. Da gibt es ja noch ein ganz großes, wo ich nicht genau weiß, wie wir da hinkommen oben rechts. Und das linke. Also ich würde mich eigentlich schon gerne... Ach nee, Moment. Das ganz große ist, glaube ich, wo wir das einsetzen müssen. Also wir machen erst unten links, dann machen wir die drei auf der rechten Seite. Dann gucken wir, dass wir irgendwie nach links noch kommen, die zwei anderen mitnehmen. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht, machen wir dieses ganz große auf der rechten Seite, weil da die Sachen eingesetzt werden müssen, nehme ich an, weil das so ein ganz großes ist. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn von den Kleinen, elf. Elf. Elf von den Kleinen. Habe ich mich jetzt verzählt oder... Ach nee, das erste war ja direkt... Nee, das war aber dann wahrscheinlich das eine oben rechts. Hm, es kann sein, dass uns noch eins fehlt. Das wäre natürlich blöd. Ja, so oder so, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir machen das, was ich gerade gesagt habe, dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.